»Einer der interessantesten meines Lebens, sagst du? Wann wird dieser Augenblick stattfinden? Gestatte mir darüber zu schweigen. Ich möchte mich an dieser Überraschung weiden. Sprechen wir von etwas Ernstlichem. Besteht es mit deinen Verhältnissen? Wenn du Geld brauchst, so bin ich in der Lage, dir die Summe, die du mir schenktest, zurück zu erstatten, und zwar mit so hohen Zinsen, wie du nur willst. Mein Mann hat nichts zu sagen. Alles, was ich besitze, ist mein Eigentum. Ich habe in Neapel 50.000 Reichstukaten und besitze eine gleiche Summe in Diamanten. Sag mir schnell, wie viel du brauchst, denn die Schokolade wird gleich kommen.« So war Teresa. Tief gerührt wollte ich ihr antworten, ihr um den Hals fallen. Da kam die Schokolade. Ihr Mann kam herein mit einem Mädchen, das eine vollendete Schönheit war. Sie trug auf einem Untersatz von vergoldetem Silber drei Tassen Schokolade. Während wir diese tranken, ergötzte Palaisi uns, indem er in geistvoller Weise die Überraschung schilderte, die er empfunden hätte, als er sah, dass der Herr, um den er so früh am Morgen sein Bett verlassen musste, derselbe war, der ihn am Abend vorher nach dem Namen seiner Frau gefragt habe. Teresa und ich hielten uns die Seiten vor Lachen, denn seine Erzählung war ein Gemisch von Witz und Gutmütigkeit. Dieser Römer missfiel mir weniger, als er in seiner Eigenschaft als Gatte mir eigentlich hätte missfallen müssen, denn er schien nur der Form wegen eifersüchtig zu sein. Mein lieber Freund, sagte Teresa endlich zu mir, um zehn Uhr habe ich Generalprobe aller Arien der neuen Oper. Wenn du willst, kannst du hierbleiben. Ich bitte dich, mir zu erlauben, jeden Tag für dich decken zu lassen, denn du wirst mir ein großes Vergnügen machen, wenn du mein Haus als das deinige betrachtest. Für heute, antwortete ich ihr, werde ich dich erst nach dem Abendessen verlassen, damit du deinen glücklichen Gatten für dich hast.